Ja, ey, ich bin außerhalb des Kampfbereichs. Ja, was machst du denn für Moves? Ich denke, ey, Digga, er sagt da runter. Da unten war eine Markierung, Alter. Jetzt fliegt er doch hier ins Gefühle dran. Ja, hättest du zugehört, wüsstest du, dass die Markierung ist, was danach das Ziel ist. Er hat gesagt, erst runter und dann hoch, Digga. Jetzt gehen wir hoch und dann runter, oder was? Nein, erst runter und dann hoch an den Kartenrand. Ey, Gott, Alter, gewöhn dir an den ganzen Sätzen zu springen. Hab einen. Der Hundesohn, Alter. Sitzt da auf dem Schrank. Ah, ich hab's geschossen. Ja, ich hab's gesehen. Und dann, die sind bei der Ausrüstungslieferung, Bruder. Ja, ist denn fast down? Ich auch. Hier im Haus ist einer, ne? Ja. Ich bin an der Ausrüstungslieferung. Er hat mich. Ich bin oben am Dach. Ich hab ihn. Gut. Einmal bitte ganz hoch, schnell. Ach, du bist schon da. Schönes Ding. Schönes Ding. Ah, krass, wie taktisch ich den jetzt weggeholt habe, oder? Ja, das wird schön. Wir müssen nach oben. Da sind zwei. Ah. Er hat mich. Ja, in dem Haus. Hier oben sind auch welche. Ein Team ausgelöscht. Nice. Hut mich mal einer. Ja, Mann. Janko. Wir gegen einen. Wir gegen einen. Ja, der ist oben. Ich hab nur keine Platten mehr. Ja. Ich hab nur noch die eine. Aber der ist oben, ne? Das wisst ihr schon. Wenn jetzt die Zone nach oben geht, haben wir gelitten. Oh. Hab ich. Nice. Mit meinen letzten 14 Kugeln, Alter. Das hat er. Er hat ein kleines Arschloch gesehen, negat. Ja. Aber ist es da nicht sinnvoller, hier zu landen? Ja, das ist recht, das ist recht, das ist recht, alles gut. Nach rechts. Fratsch rechts. Gut. Ah, ich hab einen geholt und den Board direkt geholt. Von seinem teammate wahrscheinlich. Bin tot. Bin im Gulasch. Hm. Gutschrauber will auch, glaube ich, meinen Arsch. Ja, will er. Ne, will er nicht mehr. Ich geh direkt aufs Dach. Ja, der springt ja noch runter, der ist auf dem Dach. Lass ihn kommen, Mine liegt. Er noch K.O. Ah, Lucky, 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 er ist noch hier unten. Er liegt hier unten am Boden. Danke. Ja, ja. Über Munition, da ist hinten in den Bergen läuft noch einer. Ja. Oh Gott. Brauchen sie auch nicht. Warte, wo bist du? Auf dem Dach, aber schlieg hinter dem Ding. Da kommt er nicht hin. Du, rechts, links. Ich geh. Ja. Hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Nein, der hat sich noch gefinished. Ehrlich? Ja. Dieser Wichser. Aber ist alles gut. Ich kaufe dich direkt. Wo bin ich gestorben? Oben, oder? Ah, da liegst du. Ja, genau. Hier, hier. Oh. Alter. Drei Sniper. Drei Sniper auf einer Stelle, alter. Echt gut. Hab'n Pipe-Marker gegeben. Ich hab' drei Rüstungen weggehauen. Also weggemacht. Äh, die Zone. Sind die noch tot auf dem Berg? Ist das Haus? Ja, ja, die sind noch da. Die haben sich schon versteckt. Siehst du die von hier? Ja, Mann. Ja, aber denk dran, die sind echt gut. Ja, der eine kommt grad nicht hoch. Hab'n Pipe-Marker gegeben. Er bleibt nicht stehen, alter. Noch'n Pipe-Marker? Was, was ist denn jetzt mit Bratsch? Leute, er schießt auf sie. Einer ist noch. Ich bin tot. Zwei von den Griechen. Ja, ich bin down. Ich hab' den anderen gesehen. Okay, einer davon hab' ich noch den Killed jetzt grad. Jetzt bin ich tot. Herzschläge. Ja, Mann. Entspann dich. Eins gegen eins. Ja, da ist er. Sieg. Ich ziehe, Digga. Das war schön. Alter, heute schon zwei Siege. Stabil. Ja. Kiss my fingers, aka our luckiest gaming tippo. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light. Is it just ne__latadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad